Marlene, du passt auf den Laden auf, während wir weg sind. Voll geil, ne? Dieses winzig kleine Mädchen, ja? Von vier, fünf, vielleicht sechs Jahren, schmeißt sie jetzt eine Bar. Alleine. Die komplette Bar. Mit jeder Menge starken alkoholischen Getränken und Gedöns, so. Kann man mal machen, ne? Es ist okay. Kann man mal machen.